Hi, Willkommen, mein Name ist Danny Roilpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in der Nähe von Diamond City herumgetrieben und ein paar Sachen erkundet. Wir sind dabei nur Raider begegnet, die uns fertig gemacht haben und umgekehrt. Und wir machen ein bisschen weiter, indem wir ja die ganzen Orte noch ein bisschen erkunden. Es ist übrigens wieder ein bisschen Tag geworden, finde ich sehr gut. Ich habe ein bisschen meine Strahlung entfernt mit Red Away und habe mich dann schlafen gelegt. Und... Ich muss noch Früchten ausschalten. Frage, sind die Raider, die wir gestern... Also, gestern. In dem letzten Part erledigt haben. Die gleichen, die mich hier erledigt haben. Ich glaube ja, aber jetzt sind ja keine... Luca Cola, das macht voll Sinn, dass die ja drin einpasst. Ich glaube, man hat mir so viel mitnehmen, ne? Ein bisschen automatisch sprechen, sehr gut. Tut war nach jedem Pfad eigentlich speichern, aber... Gut. Hier habe ich doch irgendwann erkundet, glaube ich. Warte mal, da, 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 ah. Oh Gott. Oh Mann. Ich dachte, wir hätten die schon aus dem Weg kommen. Jetzt kommen noch mehr Raiders. Oh, hi. Ich triff mich noch ehrlich. Ganz genau. Wir sagten, wir sind zwei, muss doch nicht in jedem irgendwie so legendärer oder so rumlaufen. Boah. So. Noch mehr, ehrlich. Ach, da ist ein Ding, und ich frage. Wo ist das hier? Noch jemand? Noch jemand? Ex-Fried Apparel. Okay, da. Einkaufswagen hat mich geschützt. Und ich... Ich getroffen wäre davon, sehr gut. Ja, blöde ist allerdings, wenn ich jetzt hier so ein paar Orte erkunde, dass, wenn ich irgendwann eine Mission bekomme, einen Ort zu erkunden, dann weiß ich nicht, ob die Gegner nochmal neu hier spawnen, oder ob ich dann sagen kann, hallo? Raketenwerfer. Ja. Da war eine Falle, wat? Und da, wenn ich dann erkunden kann, und dann... Ja, wenn ich dann schon erkundet habe, und dann muss ich den wegen der Mission irgendwie erkunden, mich dann so sagen kann, jaha. Ich war da schon und so, weil das wäre irgendwie besser, aber noch mehr. Wir haben einen Raketenwerfer gefunden, das ist doch auch schon mal was. Das hat man in der Side-Racking bringt es nicht. Mit einem Kampfgewehr, wo ist die Leiche von mir? Dieser Typ, der das Kampfgewehr hinterlassen hatte. Das hat man in der Side-Racking bringt es nicht. Ich habe 21 Raketen sogar, das heißt, ich kann sogar was damit anfangen. Also, wenn irgendwas Dickes kommt, ne, wisst ihr? Ist das Bescheid? Wo ich das Ding verbessern kann, ne? Jetzt schon, das wäre richtig geil. So, ich nehme mal sehr stark an, da drin wimmelt es von Raid an, weil... Irgendwie sind, ne? Backstreet Apparel, also das klingt wie ein kleiner Laden. Gucken, was da drin ist. Wie wäre es, wenn ich indoor mal einen Raketenwerfer einsetze? Ich habe so eine geile Idee. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß es schon mit einem Flammen. Oh Mann, was hat andere Dinge hier? Warte mal, meine Pistole. Ah, für 10 Minimit habe ich. Au. Oh. Oh. Ach Mann. Jetzt reicht's doch mal. Alter. Wo seid denn die alle? dass ich sehr nur rote naja aber irgendwo ist eine anscheinend sagen wir nicht so gemacht hat mehr von fläche nicht getroffen sowohl so raketenwerfen vorlaut waren sowieso immer so ein ding ein echtes ist ja irgendwie klar bei dem raketenwerfen statt mit 10 mm klatsch statt mit 10 mm pistole ist klar tut natürlich sind alle über mir okay macht natürlich sehr viel mehr schaden aber wenn ich hier ist irgendwie komisch vorlaut die einzige war für die wirklich deutlich mehr schaden macht als alles andere ist der fett man und der hier vorkommt überhaupt ich denke mal sehr stark der konnte auch vor natürlich kommt er vor ich kann schon mini atom und finden also musste ja ja vorkommen eigentlich das ist ein kleidergeschäft auf jeden fall meine beichtkirche irgendwie das wie so eine beichtkammer geschäft du musst mir helfen warte hier ich komme wieder und hole dich nein geh nicht bitte schneid mich erst los ich komme gleich wieder mit alles sicher ist hier noch sprechen wir erstmal wo seid ihr denn alle ihr hört mich alle schon wieder von kilometer aber keiner hat mich gesehen okay ich bin mir ziemlich sicher ich bin mir ziemlich sicher ich bin mir ziemlich sicher ich habe mir ein raketenwerfer umgebracht das ist schon ein bisschen laut wo wenscher treffer oder von einer mit aus dem wege ich will die andere treffen okay 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 und dieser klatsch klatsch ich weg dort kurz ich hab wieder einen an aber er hat nur einen Nahkampf drauf, das ist doch schon mal gut oder die, keine Ahnung wirst du denn? Lass es! Na gut er muss Raider rüstern ein H&A, ok wenn ich jetzt rausgerüstet obwohl ich hab die ganzen Bonus, das ist irgendwie Klamotten mit Bonus und so und so und so deswegen weg damit oh, was hab ich denn noch? 145 kann aber mal jemand rumlaufen mit der Axt oh, die Heldenmusik komm schon, du hat der Burschen komm schon naja ja, Mats, Timpengler ist doch schon mal gut wir geh nicht auf die da unten los, ne? glaub ich nicht nein komm ich so nicht auf schon wieder so ein Meisterschloss, ehrlich böse, na warte oh Gott, der Baba wie passend hatte ich gerade Dingens hab, ne Axt jetzt jetzt müsste ich noch Kretsch treffen mit einer Axt mal einsetzen ok den kann ich aufladen das wärs wo ist in der Kamera da wo seid denn ihr? ich bin nur ein Irrer mit einer Axt don't mind me, bros ja ja oh oh hi das ist art ruf 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 das ist nichts oh man ich wollte abwehren eigentlich ich wollte abwehren eigentlich der 2 nehme ich dann an sehr gut ich kann mal kurz nach oben und heimlich besser bette benutzen jetzt hätte ich, ne? wär noch nicht so spaßig gewesen alter die macht mich fertig alter die macht mich fertig Was kommen wir hin? Komm her hin! Putt, putt! Putt, putt! Das ist ja ... Wenn kein Zeug mehr an die Reise schrauben Das ist ja noch nicht was Das ist doch nicht so schlimm Das wird auch nicht blind Das war nicht das Wir haben die Reise Wir haben die Reise Wir haben die Reise einfach zugeballert und so verarbeitet wahrscheinlich wieder nichts gut so haben wir jetzt hier alle aber wenn noch jemand schloppern ich habe jetzt glaube ich das hat der hacker version ich meine es gilt so sehr gut selbst steuerung so dass meister er ist stärker war nicht so ein effekt wie meine sachen ich habe das Gefühl die Dinger sind also nicht wertvoll wir haben einen Namen deswegen aber ich habe das Gefühl die werden für immer wichtig sein damit haben wir denn hier alles und gedacht dieser hat muss ich wohl ein paar sachen hier einladen oder da ist ja schon da was zu viel wie hat er die weg so aufstehen effekt hinplatziert natürlich nur aufsperrten damit sehr gut glaube ich das auch im magazin so von der perspektive das war es ja nicht so noch die dinge befreien die siedlerin jetzt abgeschlossen ok nein ein dreck da wo bist du denn mehr gibt kein geld für die rettung du wirst mir jetzt helfen oder keine sorge ich hole dich hier raus oh mein gott danke verschwinden wir was soll ich mit dem ein einfaches leben ist das nicht möchte ich jetzt hier raus gleiten oder was oh hallo kampfflinte schrotgewehr ja ja es ist diese geile flitte aus dingen zum dritten teil die war besser als hier das ja so ein bisschen was auch nie wieder wann dann ich bin hier ausgerüstet was soll das ja eine ganze zeit okay meine einzelnen sachen die tun ja ein mehr glaube ich bringe wo ist die kommen wir raus was soll auch nicht ist mir gerade gesagt der fans hey warte mal verdammt da drin bayern oder turm glaube ich meine ist eine turneleiter wo ich nehme mich mal an zum turm gehen kann okay 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 also keine ahnung wie viele blasen ich habe muss ich jetzt irgendwo hinbringen oder was ist da drunter war noch weiter kunden tut mir leid warum ist jetzt extra nach weil er nicht century oder irgendwie sowas bringen erst mal hoch und guck mir den turm an wenn du leider sind hast du leider pech gehabt muss ich mich halt kümmern muss ich eigentlich nicht aber auch nur wie der fans navelina diamond city wie sagt man ja auch nichts die olle wie kann ich es wagen kannst du es hier nicht hier möglich machen jetzt noch sicher jetzt das ist ein teddy bear zum kuscheln so war wo andere leute beobachten kannst wie sie brennen wo du einen brand stecken das ist auch mal cool das ist auch mal cool jeden schwung habe ich nicht glaube ich nicht da kommen wir mit nach sanctuary nehme ich an was ich aber für jeden platz wenn ich schon mal da bin gehe ich zur red rocket station und meine wort kann ich eigentlich hier in dem part machen den raketenwerfer versuchen wir sind auch zu ballern falls ich materialien habe vielleicht mal ein zombie killer jetzt abnehmen damit ich meine kampfflinte um ballern kann die ist glaube ich ein bisschen besser als so ein doppelläufiger shotgun so ich glaube die ist weg verdammt ist die hier immer noch acht mal na gut bin mir sicher da geht es gut wenn ich dann taucht sie irgendwann so vor mir auf habe ich so das gefühl jetzt nochmal zur tankstelle wo ich wohne irgendwie okay geht dich habe ich jetzt mal in mein haus rein gepackt warum bist du nicht da geblieben da ist jetzt sicher da kannst du locker vor allem nicht funktionierenden fernseher schüllen und so aber okay lieber da draußen in der kalten einhörer leben jetzt meinetwegen so kann ich jetzt meine sachen hier rein drücken schadenresistenz 100 150 radar powered 2 tor so 200 200 220 ja wenn ich den jetzt da reinpacke ne linker arm manchmal kann ich das irgendwie so machen ich lasse meine diagnose laufen während du arbeitest lass dir zeit ausrüsten ähm 2 tor so okay das ist okay sollte ich mal echt irgendwann mal benutzen aber ich will es irgendwie komisch und mit einem power ist irgendwie so ein paar radar dazu zu kämpfen das ist irgendwie overkill ja linker arm ja linker arm 50 aufruft sich super 2 tor so 220 ja das kann ich trotzdem da reinpacken die sache gut dann sind die immer noch da ne warum nicht was zum teufel da ja ja das wird nervig hab ich nicht gefühlt wo haben wir denn hier meine kampfwürde die warte raketwerfer dafür brauche ich den schaden erhöht gibt es nicht okay schon sagen schalldämpfer irgendwie so hat präzision und rückstoß das will ich eigentlich am raketenwerfer ja noch verbessern präzision brauche ich nicht feuerrate ja sentinel okay dann zum ersten mal die kampfhinter verbessern erstmal schaden wenn es geht und dann weiß ich nicht irgendwann war es schon auf maximum hochballern kann anscheinend aber noch nix schaden hat er mächtiger verschluss überlegen schaden und schaden ist erstmal das was ich haben möchte bei so einem dingen schaden das war schon ja erstmal wenn wir dich jetzt um an ein war somit klar 2 und 0 so ja aber alten somit klar erstmal wegpacken da gehen wir von dem aber mit weil ich da macht mehr schaden da teile aber egal nach der kampfgewehr stimmt auch noch ein bisschen mehr solche sachen die tue schon wieder unnötig wieder viel ein nehmann platz und ich war nicht viel ich hier noch war ja nur noch nicht 45 mission und kampfgewehr 45 jetzt hier hat man mal immer flogen wegpacken der benutze ich irgendwie nicht da haben wir 60 dinger gut aber ich sage ich bin dem bad hier und wir schauen uns mal ein bisschen weiter im ödland herum ich bedanke mich herzlich für zuschauen und sagt dann tschüss bis zur nächsten folge und mit dem sprechen wir in der nächsten folge dann mit gehen zu hier 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 hier